Genau. Ja, das sollte aber eigentlich nicht der eigentliche Pick sein. Wir haben nämlich über den eigentlichen Pick auch schon ein, zwei Mal geredet hier. Und ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Geld ausgegeben. Ich habe mir einen Osmo Pocket gekauft. Erinnert euch sicher, das ist diese Mikrokamera von DJI mit dem Gimbal oben drauf. Von der wir gedacht haben, sie wäre viel größer. Genau, von der ich dachte, sie wäre viel, viel größer. Und deswegen den Hörern, die mir gesagt haben, hol dir doch zum Laufen einfach einen Osmo Pocket, du Affe. Da habe ich gesagt, seid ihr bescheuert, das Ding ist viel zu groß. Der bescheuert war, war ich, weil das Ding ist einfach, wie gesagt, einfach mikronesisch klein. Also ihr seht es schon, im Vergleich mit meiner Miniaturhand ist dieses Ding nicht so wahnsinnig groß. Und ich muss sagen, das ist einfach fantastisch, das Gerät. Klack, 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 er richtet sich jetzt ein. Und wie ihr schon sehen könnt, es ist halt einfach ein Gimbal. Also es ist jetzt nicht überraschend, was das Ding tut. Nämlich es nimmt Video auf und ja, schön und gut. Macht die Stabilisierung halt nicht in Software, sondern halt. Genau, sondern in Hardware. Also es sind halt einfach drei Motoren dran, die halt sich dafür darum kümmern, dass diese Kamera weiterhin an die Stelle filmt, wo man anfangs hingefilmt hat, egal wie man rumwackelt. Und dieses Ding nimmt bis zu 4K 60 Frames auf, was echt ganz ordentlich ist. Bei 4K 60 Frames macht er kein Face-Tracking mehr, weil wahrscheinlich einfach die CPU, die da drin ist, am Anschlag ist. Das Ding macht sonst halt zum Beispiel Face-Tracking, also wenn ich, man kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt Selfie-Modus machen und jetzt macht er Face-Tracking, er hat mich sofort erkannt und wer jetzt Video geschaut hat, wird gesehen, dass dieses Ding mein Gesicht verfolgt hat. Das geht deutlich weniger gut, wenn man zum Beispiel eine Kappe aufhat, Surprise, oder wenn man sehr viel Gegenlicht hat. Wenn du die Badehose aufhörst. Wenn ich die Badehose, das möchte ich gar nicht ausprobieren, man weiß es nicht. Also dieses Ding macht, das macht alles von Video über Foto, über Panorama, über weiß ich nicht was, hat einen kleinen Screen eingebaut. Ja, das ist cool. Der gleichzeitig ein Touchscreen ist. Man kann also alles Mögliche auf diesem Touchscreen einstellen. Was es aber zusätzlich hat, ist hier so ein Interface-Ding, wo man sich zum Beispiel einen Adapter reinstecken kann und dann kann ich mir mein Smartphone an diesem Adapter anschließen. Also da kommt ein USB-C und ein Lightning-Adapter dazu und den kann ich dann anschließen und wenn ich den angeschlossen habe, geht halt die DJI Mimo App auf und dann kann ich damit dieses Gerät fernsteuern und habe halt gleichzeitig einen großen Screen, was insgesamt relativ nett ist, aber es funktioniert halt auch komplett ohne. Micro-SD-Karte rein und alles ist fein. Ich habe mir dieses Ding ja hauptsächlich gekauft, weil ich ein Gadget-Fan bin, aber eigentlich, weil ich was zum Laufen mitnehmen wollte, wo ich Fotos und Videos mitmachen kann. Und da habe ich mir gedacht, probiere ich mal aus und bin damit laufen gegangen. Ich habe ein längliches Video davon, das ich mal irgendwie in 20 Minuten schnell zusammengesteckt habe, auf YouTube gestellt, wo ich mal ein bisschen damit laufen war, in verschiedensten Situationen, teilweise ein bisschen beschleunigt, also so schnell, wie man es jetzt sieht, weiß ich natürlich nicht laufen. Dieses Ding hat so, wenn man es einschaltet, so eine Bewegungssteuerung, das heißt, man kann es neigen in gewisse Richtungen und das stabilisiert dann erstmal, aber wenn man weiterhin in die Richtung neigt, dann versteht das, okay, vermutlich möchte er dahin filmen und es ist relativ beeindruckend, wie gut dieses Ding aus der Hand, während man durchs Unterholz rennt, das Video stabilisiert. Also, da ist, also ich meine, das Ding hat halt nur drei Achsen, das heißt, wenn ich halt nach oben und unten mich bewege, dann sieht man natürlich die Bewegung nach oben und unten weiterhin, weil der kann keinen halben Meter oder keinen 30 Zentimeter Höhenunterschied ausgleichen, das ist nicht drin. Aber, man ist halt plötzlich in der Lage, ein, ein, ähm, ein wildes Rennet durch. Wo läufst du da lang? Ja, das war da am Rhein, am Rheinsteig lang. Also, das ist ein Stück Rheinsteig. Da ging es sehr steil hoch und das war sehr, sehr anstrengend. Und, ähm, die Videoqualität ist erstaunlich gut, finde ich. Ähm, man kann halt verschiedene Varianten und verschiedene Einstellungen auswählen. Ähm, der Nachteil ist dann, damit so ein bisschen, die Videodateien wären riesengroß, wenn man gute Qualität auswählt und ich dachte mir, ja, das schneidst jetzt schnell einfach am Telefon zusammen, weil easy. Dann hat das Telefon gesagt, nee, so viel Speicher habe ich aber gar nicht frei. Und dann habe ich gesagt, okay, dann halt nicht. Und, ähm, kommt auch relativ gut so mit wechselnden Lichtverhältnissen zurecht. Es ist ein bisschen wild, wenn man so den Unterschied sieht zwischen, zwischen, äh, also wenn man so ein Rücklicht praktisch hat, also Sonne von hinten, wenn du im Video ein bisschen weiter hinterspringst, dann sieht man irgendwann mein Gesicht. Ich habe dann so in Selfie-Modus geschaltet und man sieht Licht von hinten. Da, ja, ich meine, es ist okay dafür, aber manchmal, wenn es halt direkt von hinten kommt, dann macht es halt das, was so eine, was so eine Kamera macht. Er macht halt irgendwie, diese Lensflares habe ich extra eingebaut. Entweder ist halt irgendwas komplett überstrahlt oder das, wie jetzt, das Gesicht wird halt sehr, sehr dunkel. Und, ähm, man sieht es da jetzt auch gleich nochmal, weil ich dann gleich mir nochmal gedacht habe, ich laufe jetzt ein bisschen da mit dem, mit dem blöden Ding in der Hand. Das Mikro ist so mittelgut. Das ist aber, ja, das ist okay. Es ist okay fürs Vloggen. Also, wenn man ein bisschen rumvloggen will. Hier ist es ein bisschen übersteuert, weil ich einfach den Ton voll hochgezogen habe, weil da noch ein bisschen Musik im Hintergrund liegt. Ich habe 20 Minuten fürs Editing gebraucht. Mehr Zeit hatte ich nicht, sonst wäre ich hier zu Spiel gekommen. Und, ähm, ich bin insgesamt relativ beeindruckt davon, was dieses, was dieses Ding kann. Man kann, was ich ganz spannend finde, man kann, während man aufnimmt, ähm, vom, vom Selfie-Modus in den anderen Modus umschalten und der nimmt dann weiterhin auf und es ist tatsächlich relativ lässig. Hier seht ihr das Highlight von Rehmagen, die Brücke von Rehmagen, ist einfach fantastisch. Also, ne, das muss man mal gesehen haben. Da gibt es einen Film. Da gibt es einen Film dazu, das ist der hier. Ähm, also insgesamt, so für, für Schmuve-Kamerafahrten oder Schmuve, ähm, Vlog-Geschichten. Eigentlich ein ziemlich geiles Ding. Man kann sich da noch Zusatz, Zubehör dazu kaufen, irgendwie einen, einen Audio-Adapter und so einen Controller und was weiß ich alles und ein Unterwasser-Gehäuse und blablub. Äh, insgesamt schon relativ nettes Gerät. Für, für unter 300 Euro habe ich ihn jetzt gekauft. Also, das war für mich so der, der Sweet-Spot, wenn man dafür irgendwie einen Anwendungsfall hat, echt, echt nettes Gerät. Und jetzt seit letzter Woche gibt es ja auch diese Variante mehr oder weniger von DJI als GoPro, ne? Genau, als Action-Kamera. Der Unterschied bei der ist halt, dass sie die Stabilisierung ausschließlich per Software macht, aber halt unglaublich gut. Also, da kann halt einfach, ähm, kann halt einfach GoPro, also, mit dem, was sie momentan auf dem Markt haben, nicht mithalten. Das ist einfach deutlich besser. Ich habe mir so Vergleichs-Footage angeschaut. Ja. Es ist crazy shit, was, was, ähm, DJI mit der, mit ihrer Rocksteady-Technologie machen. Ey, krass, krass, krass. Und sie machen eine Sache, die sonst keiner macht, die ich sehr, sehr smart finde. Sie haben zwei Displays. Sie haben ein Display hinten, das große Display mit Touch und alles fein und Zeug. Aber sie haben vorne neben der Linse, so der, weil der Formfaktor ist identisch zu einer GoPro, haben sie links daneben ein kleines Display. Das heißt, du siehst, was du filmst, wenn du dich selber filmst. Und, äh, wir wissen halt, das ist ein Ding, ähm, sich selber zu filmen. Und, ähm, kostet dann irgendwie auch 380 Tacken, was ja so ein normaler Preis für so eine, für so eine High-Class-Action, Cam ist. Und momentan zeigt DJI so dem, dem Mitbewerb schon, wo der Hammer hängt. Also bei allem. Bei allem, was sie produzieren, sind sie einfach wahnsinnig weit vorne. Und das ist, äh, ich bin da tatsächlich relativ, relativ begeistert. Bis auf, ähm, fällt mir noch ein, habe ich ganz vergessen. Software und so. Okay. Die ist okay. Also, so gut wie halt so eine Software ist. Also, du hast die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die Bedienung ist ein bisschen crazy meistens. Also so wie bei der Mavic-Software, so wie bei der jeder anderen Software. Ist es nicht die gleiche App? Oder ist es eine andere App? Für die Mavic ist es eine andere App. Die Mavic, also die Drohnen haben eine eigene App und die Kameras haben eine eigene App. Okay. Aber sie sind im Großen und Ganzen, wenn du die eine kennst, hast du die andere. Da kennst du die andere. Ja, ja, die sind ein bisschen wild. Genau, aber die sind okay. die sind okay. Wenn du, wenn du dich dran gewöhnt hast, ist es fein. Eine Sache, die total bescheuert ist, wo ich gedacht habe, ihr habt den Verstand verloren, ist zum einen die Größe dieses Cases. Die ist im Zweifel, ist die wirklich, ist die, ist das Case, ist fein, weil da nimmst du halt dein, dein, äh, Gerät, steckst es komplett rein und damit ist es sehr gut geschützt. Dieses Case ist riesig und schwer. Das ist einfach bekloppt. Das ist zu schwer. Im Vergleich zu dem Rode Potmike ist es super leicht, aber im Vergleich zu dem Rode Potmike ist halt eine, eine, eine Kugelhandel leicht. Pferd. Pferd leicht. So, was hier, und dann, dann packst du, du packst diesen Osmo aus und denkst dir, aha, interessant, alles spannend, Kabel und alles mögliche und da ist so ein Tütchen dabei und da ist eine Handschlaufe drin und ich, ich bin ja ein großer Freund von Handschlaufen und ich bin auch ein großer Freund von, ich lass mal aus, wo sind Dinge fallen. Und jetzt, zwei, zwei Fähigkeiten, die eigentlich sehr gut zu erinnern sind. Ja, genau. So, und jetzt möchte man sagen, das ist so ein Ding, das lässt man wahrscheinlich einmal fallen und dann kann man, ist es egal, wenn man es nochmal fallen lässt, weil dann ist es im Eimer. Ja. So, und dann hab ich mir gedacht, eine Handschlaufe, das ist ja mega. Genau das brauch ich, weil wenn ich durchs Unterholz renne, wäre es relativ gut, dass da eine Handschlaufe dran ist. Dann guck ich, wo machst du denn die Handschlaufe dran? Und ich so, ah, da unten ist ein Loch. Ne, das ist ein Mikro. Da oben ist ein Loch, das ist auch ein Mikro. Da ist kein Loch dran. Da guck ich auf der FAQ von DJI, wo gehört die Handschlaufe hin? An das Case. Da oben. Wisst ihr, wisst ihr, was ich nicht in der Hand habe? Wenn man sich da reintut. Ja, das ist schon sehr lustig. Das ist kompletter Schwachsinn. Also, wer das sich ausgedacht hat, das muss sich jemand ausgedacht haben, dass dann irgendein Meeting gepitcht haben und irgendwann muss sagen, das ist eine gute Idee, lass uns da oben, und das kommt dazu, da oben die Handschlaufe hinmachen. Das heißt, die hängt da oben und hängt da runter. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die hätte, wenn dann, da unten hingehört, aber selbst da macht sie keinen Sinn, weil dann ist es an dem Scheiß Case. Und wenn ich dieses Scheiß Case auf den Boden werfe, ist es nicht kaputt. Wenn ich dieses Ding auf den Boden fallen lasse, ist es kaputt. Es gibt so ein 3D-Druckmodell, wo man, dass man dann sich ausdrucken kann und da reinschieben kann in diesen Slot, wenn man den Adapter nicht braucht, dann kann man es da hinmachen. Und das macht vermutlich Sinn und dann kann man sich da die Handschlaufe dran machen, weil, ja, einfach saudume Idee. Und um das jetzt abschließend zu sagen, ich wollte es eigentlich zum Laufen dabei haben und da hätte ich es gerne so klein wie möglich, weil ich möchte es zum Beispiel in die Brusttasche vom Laufrucksack haben oder in die Rückentasche von der Trailhose. Und dazu habe ich mir noch ein kleines Stück Plastik gekauft, was deutlich angenehmer ist als dieses Riesentrum von Case. Das ist einfach ein Protector für den Gimbal, der dafür sorgt, dass sich der nicht bewegen kann. Wenn es da mit runterfällt, ist es wahrscheinlich auch kaputt. Aber es ist so, wenn du es halbwegs geschützt mittragen kannst, deutlich angenehmer, zack, man nimmt das Teil runter und fertig und kann es sofort benutzen. Ist das offizielles Zubehör? Nein. Also, aber es bietet jemand an, sozusagen. Es bietet jemand, bei Amazon kann man das kaufen. Ne, weil das ist lustig, diese Kameras ja gerade auf den Marke kommen, mich wundert, aber ich meine, vielleicht sind die auch einfach so schnell. Es ist unfassbar, was man an Zubehör für dieses Ding kaufen kann. Ein Zubehör für dieses Ding, das nicht dafür zufällig passt, sondern das da genau passt. Irgendwelche Haltungen, irgendwelche Cages, irgendwelcher Shit, wo man dann noch zusätzliche, ähm, Ich hab's nicht genau nachgeschaut, aber diese Action-Cam, die sie rausgebracht haben, die hat den GoPro, äh, 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 die sieht der GoPro sehr ähnlich. Ja. Und, äh, ich glaube, sie verwenden auch irgendwie kompatibles, Ja, natürlich. Das ist, das ist ein Bolden, muss ich sagen. Aber das macht ja, das macht ja inzwischen einfach jeder. Dieser, weißt du, diese zwei Camer, die so ineinander gehen, die man zusammenschraubt, die sehen, also zumindest sehen sie sehr kompatibel aus, weil sie genau identisch aussehen. Aber auch da hat DJI noch ein bisschen weiter gedacht. Sie haben so ein, so ein Twist-Lock-Turn-Adapter-Ding. Genau, um schnell abzunehmen, ja. Wo du es halt viel schneller von, von, äh, von, von Mount zu Mount zu Mount transportieren kannst. Also die, die machen da sehr viel richtig gerade. Muss man einfach sagen. Ich hab mal diesen Adapter für den Basti ausgedruckt. Er hat ihn sofort vernichtet, weil er nicht so richtig ganz genau gepasst hat. Ja, es ist, also er saß ein bisschen locker drin, hab ich mir gedacht, oh ja, ist vielleicht nicht so schlimm. Hab dran gezogen und dann die Hälfte in der Hand gehabt. Ähm, also, ihr bastelt dran. Ja, also, ich bin ganz froh, dass ich ihn hier auseinandergerissen hab und nicht meinen, einfach blind, meinen, äh, Handstrappen dran gebunden hab und dann gesagt, lass mal fahren. Und dann hätt's mich so flupp gemacht und ich hätte weiterhin den Handstrappen an der Hand gehabt. Ähm, aber das gerät nicht. Und, äh, ja, hups. Ich mach das noch mal ein bisschen stabiler. Das, ich wär sehr begeistert. Ja, und sonst, ähm, ja, mal gucken. Der Vorteil ist ja, wenn du es in Hardware machst, die Stabilisierung, dass du dann eine andere Performance auch bei Lowlight und so weiter hast, ne? Ja. Ähm, was die, was die Stabilisierung angeht, das ist schon ein durchaus interessanter Aspekt. Also, sie haben jetzt einfach eigentlich zwei interessante Produkte. Der Osmo ist, äh, Pocket heißt er, ne? Der ist durchaus, ich finde ihn interessant. Also, du kannst ja auch ein Mikrofon anstecken. Mikro, hast du ja schon gesagt, ist die, die schwächste Komponente bei all diesen Action Camps und so. Aber die ist okay. Also, klar, du hast, kriegst du da keinen Kinoton raus oder keinen Ton, der jetzt hier mit diesem Mikrofon irgendwie halbwegs vergleichbar ist. Du verstehst aber, was die Person sagt. Das Ding, das Ding spielt so halbwegs in Augenhöhe von dem durchschnittlichen Smartphone. Also, völlig in Ordnung. Und da machst du halt ein externes Mikro dran und dann ist es gut. Dann hast du aber halt natürlich wieder ein Drum mehr. Wenn es dir wirklich drum geht, das so klein wie möglich zu haben, dann hast du halt nur den Osmo Pocket und sonst nix. Und das ist ein gutes Gerät für, klar, nicht wenig Geld, sind wir ganz ehrlich, 400, 300 Euro ist eine Ansage oder 350, wenn man es nicht irgendwo besonders billig schießt, aber einfach ein schönes Gerät. Ja, Video sieht ganz gut aus. Das tun wir in die Show-Notes, wenn ihr euch das anschauen möchtet. Und dann könnt ihr mal da am Rhein entlanglaufen. Ist ja auch ganz hübsch. Ja, kann man machen. Und gut, dann ein äh, dann äh. Vielen Dank.